Wir kapitulieren auf allen Vieren, bei gutem Rotwein, ohne uns zu dinieren. Nein, nein, wir können uns nichts besseres vorstellen, nein, als für den Rest, Single oder Kleinfamilie oder beides im Wechsel zu sein. Nein, da ist kein ironischer Unterton, wenngleich ein Weg voller Umwege und Kanten lässt einen wahrscheinlich entspannter landen. War ja eine irre Zeit, aber mir ist im Nachhinein überhaupt nicht mehr klar, wie wir uns das eigentlich gedacht hatten. Raus aus der Klasse, zurück in die Klasse, rein in die Kartoffeln, zuhause ist abzuschüssen. Also nochmal, Entschuldigung, dass wir manchmal sogar versucht haben, unsere Erbe mit den Päusten auszuschlagen. Sorry, sorry, sorry. Wenn's recht ist, nehmen wir jetzt doch lieber an. Es wird in guten Händen sein, versprochen, ja, ja, nein, nein, wird auch nicht wieder vorkommen, nein, auch bei unseren Kindern nicht, la 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 la, die sind doch nicht blöd. Raus aus der Klasse, zurück in die Klasse, rein in die Kartoffeln, Wir werden uns nicht mehr beschweren, nicht, dass wir hier jemand belehren wollen. Wollen nix da, aber uns im Namen anderer zu ereifern. Nee, das ist einfach nix. Zum Beispiel im Namen derer, die unsere iBooks zusammenschrauben oder unsere Abziehsachen. Wir und die, wir und die, haben doch schließlich alle was davon. Und wenn's denen reicht, müssen die das eben selber gepackt kriegen. Und dann ist es auch okay so. Okay? 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 Vielen Dank.